Du hast uns gemacht, damit wir Tag und Nacht zusammen mit dir leben. Und du hast uns erwähnt, damit wir dieser Welt deine Liebe geben. Du bist die Liebe in Person. Du bist Jesus, Gottes Sohn. Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Gott. Du hast uns gemacht, damit wir Tag und Nacht zusammen mit dir leben. Du hast uns erwähnt, damit wir dieser Welt deine Liebe geben. Du bist die Liebe in Person. Du bist Jesus, Gottes Sohn. Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Gott. Von Ebenigkeit zu Ebenigkeit. Du bist unser Gott von Ebenigkeit zu Ebenigkeit. Du bist unser Gott von Ebenigkeit zu Ebenigkeit. Du bist unser Gott von Ebenigkeit zu Ebenigkeit. Du bist unser Gott. Jesus, wir lieben dich. Du bist die Liebe in Person. Du bist Jesus, Gottes Sohn. Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Gott. Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Gott von Ebenigkeit zu Ebenigkeit zu Ebenigkeit. Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, von Barak und Simson und Jephthah und von David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Die ganze Bibel hindurch sehen wir, wie Gott durch Menschengeschichte geschrieben hat, wie er gehandelt hat in Menschen und durch Menschen. Und gerade in diesem Text, da klingt es regelrecht ja richtig episch, gewaltig, was Gott getan hat, wie er gewirkt hat. Sie bezwangen Königreiche, sie übten Gerechtigkeit, sie erlangten die großen Verheißungen Gottes, selbst Löwen konnten ihnen nichts antun. Wenn wir an Daniel in der Löwengrube denken und selbst das Feuer nicht, sie wurden ins Feuer geworfen, aber verbrannten da nicht. In Schwachheit kamen sie zur Stärke und im Kampf wurden sie stark. Ja, ganze Heere und der Feinde wurden besiegt, ganze Königreiche, Wunder geschahen, Zeichen geschahen und so weiter. Der Verfasser des Hebräerbriefes macht hier deutlich, dass die Zeit gar nicht ausreichen würde, um all das aufzuzählen, was Gott gewirkt hat. Nun, wenn man das so hört und wenn man das so sein eigenes Leben anschaut, dann steht man manchmal doch ganz schön ehrfurchtig davor. Weil man sich so vergleicht, was passiert bei mir und was ist da passiert. Und es ist ja nicht nur im Alten Testament so, nein, auch im Neuen Testament sehen wir, wie Gott durch ganz einfache Menschen Gewaltiges getan hat. An ihnen und durch sie Wunder und Zeichen. Und wie sich in der ersten Gemeinde so Gewaltiges zugetragen hat, dass sie das ganze römische Reich durchdrungen haben. Und sich die Gemeinde Jesu ausgebreitet hat im ganzen römischen Reich. So viele Menschen wurden gerettet. So viele Zeichen und Wunder sind geschehen. Und man fragt sich, wie ist denn das möglich? Was haben denn diese Personen getan? Was war ihr Geheimnis, dass Gott so stark durch sie gewirkt hat? Denn ich glaube, wir alle wünschen uns doch diese Durchbrüche und Siege. Wir alle sehnen uns doch danach, dass Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Größe erfahrbar ist, erlebbar ist, real ist, tagtäglich in unseren Situationen, in denen wir stehen. In unserem Umfeld, in unserer Stadt und unserem Land. Ja, wir sehnen uns doch danach, dass die Verheißungen Gottes, die wir in seinem Wort lesen, dass sie durchbrechen in unserem Leben. Dass die Verheißung von Rettung und Erweckung und Heilung und Befreiung, ja das Zeichen und Wunder geschehen. Mir geht es so und ich denke auch euch und Ihnen. Eine Person möchte ich heute deswegen mit uns mal herausgreifen. Der Name ist Gideon. Wir lesen von dieser Geschichte im Buch der Richter, Kapitel 6 und Kapitel 7. Und die Situation, in der sich das Volk Gottes, in der sich Gideon gerade befunden hat, die war wirklich schrecklich. Die war bedrohlich, die war zermürbend. Das Volk Gottes hatte sich von Gott abgewandt. Und sie vertrauten auf ganz andere Dinge, auf andere Götzen, auf sichtbare Dinge. Heute sagen wir vielleicht nicht auf Götzen, aber der Mensch vertraut auf so viele Dinge. Auf seine Kraft, auf sein Vermögen, auf die Wirtschaft, auf die Wissenschaft und alles Mögliche. Und so war schließlich ein mächtiger Feind gegen das Volk Gottes aufgestanden. Und das Volk Gottes wurde unterjocht. Und nicht nur, dass sie nicht mehr Herr ihrer eigenen Lage waren. Nein, der Feind, so sagt es die Bibel, die Midianiter, sie plünderten das Volk bis aufs Letzte aus. Dass eine Hungersnot kam und nicht nur ein paar Wochen, sondern sieben Jahre. Im Moment haben wir ja auch noch Krise, auch wenn jetzt vielleicht das eine oder andere besser geworden ist. Oder wie auch immer die Situation gerade ist. Wie schnell werden wir doch ungeduldig, oder? Ich meine, da waren ein paar Wochen so ein Lockdown und viele konnten nicht mehr ihre gewohnten Wege gehen. Und schon war man ungeduldig. Schon sehnte man sich und muss doch alles jetzt anders sein. Können wir uns vorstellen, was sieben Jahre Not betrifft? Ausgeraubt, geplündert, Mangel, Not, Tod. Das ist sehr lang. Der Feind kam immer zur Erntezeit, sagt die Bibel. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil immer dann, wenn das Volk Gottes dachte, jetzt endlich haben wir eine gute Ernte. Jetzt endlich können wir auch mal das genießen, was wir gearbeitet haben, was wir produziert haben. Genau in dem Moment kommt der Feind und raubt alles. Und die Bibel sagt, sie hat alles mitgenommen. Alles, was nicht nid- und nagelfest war. Jedes Tier, jedes Essen, jedes Körnlein, was sie gefunden haben, haben sie mitgenommen. Und so versteckte sich das Volk Gottes. Sie verkrochen sich, aber da war nirgends wirklich Sicherheit. Da war Chaos, da war die Angst, da war die Unsicherheit. Ja, da war Perspektivlosigkeit. Und alles, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und nach sieben Jahren Not, so sagt die Bibel, schreien sie zu Gott. Sie schreien zu Gott, nicht einfach nur so, sondern es war offensichtlich ein Punkt, wo es einfach nicht mehr ging. Sie schreien zu Gott, sie erinnern sich an Gott und sie rufen zu ihm. Ich finde das erstaunlich, weil es zeigt, wie sehr ihre Herzen und wie lange ihre Herzen so hart gegenüber Gott waren. Wie sehr sie doch abgewandt waren. Und gleichzeitig darf es uns auch zum Nachdenken bringen, wie sehr wir selbst manchmal versuchen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wie sehr wir manchmal als Mensch auf unsere Fähigkeiten vertrauen, bevor wir wirklich Gott um Hilfe bitten. Wie sehr wir doch verhaftet sind an unseren Möglichkeiten, an unserer Leistung, an unserer eigenen Gerechtigkeit. Wie wir versuchen, die Dinge selbst irgendwie zu steuern. Das Volk war in einer tiefen Depression. Als sie zu Gott rufen, handelt er. Und das ist gewaltig. Das ist eigentlich so die Grundwahrheit der Bibel. Nämlich, dass Gott zu uns Menschen kommt. Er hat uns geschaffen. Wir haben uns von ihm getrennt. Aber er kommt zu uns. Er sucht uns. Er wartet, dass sie rufen. Und als sie rufen, ist er nicht beleidigt. Nein, da kommt er. Und er hört. Das Eingreifen Gottes beginnt immer, wenn wir Menschen zu ihm rufen. Und er kommt zu einem Mann, zu Gideon. Wir lesen davon in Richter 6, Vers 11. Und da lesen wir folgendes. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joash, dem Abisiter. Und sein Sohn Gideon droschweizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Was ein Name, du streitbarer Held. Das Erste, was Gott tut, er ermutigt. Gott möchte, dass wir seine Sicht der Dinge hören und sehen. Das geschieht zuallererst durch sein Wort. Wir lesen in der Bibel, was Gott denkt. Wir lesen darüber, wie er ist. Und das Wort Gottes will uns zuallererst mal ermutigen, will uns Hoffnung geben. Es ist nicht dazu da, uns zu verurteilen. Ja, es steht drin, dass wir Sünder sind. Ja, es steht drin, was falsch ist. Aber Gott möchte, dass wir wissen, dass da Hoffnung ist. Dass da ein Gott ist, der vergeben und retten möchte. So kommt Gott zu Gideon und er ermutigt ihn. Er benennt ihn aus seiner Sicht. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du oder sie gerade stehen. Was uns ängstigt, was uns herausfordert, wo wir vielleicht beraubt sind. Womit wir kämpfen, wo unsere Not und Sorge und Schwäche ist. Vielleicht betrifft es uns persönlich, vielleicht auch unser Umfeld. Vielleicht die Kinder, die Ehe, den Dienst, die Gemeinde. Vielleicht unsere Finanzen. Vielleicht beten wir auch für Menschen. Vielleicht sind da Krankheiten. Aber die Bibel sagt, da ist ein Feind in dieser Welt. Ein Menschenhasser, ein Mörder, ein Lügner. Er führt in Versuchung. Er möchte zerstören. Er möchte wegführen von Gott. Er möchte anklagen und binden. Und wie damals die Israeliten beraubt wurden, nicht nur in der Zerstörung und nicht nur in dem, was immer wieder weg ist, sondern wie sie regelrecht gequält wurden in ihrer Schuld. So möchte auch der Feind Menschen quälen, sie wegbringen von Gott, sie wegbringen vom Leben, sie wegbringen von der Ewigkeit. Er möchte, dass Menschen keine Zuversicht haben, dass sie am Ende hoffnungslos sind. Und die größte Hoffnung rauben, nämlich, dass er einfach sagt, nach dem Leben ist ja Schluss. Die größte Not von uns Menschen ist letztendlich die Trennung von Mensch und Gott. Aber die gute Nachricht, das Ermutigende ist, dass Gott selbst Mensch wurde durch Jesus Christus und er Vergebung schenken möchte. Der Teufel, der Feind, er will anklagen. Er will, dass wir vorgehalten bekommen unsere Schuld, unsere Not, unsere Probleme. Und ja, die Bibel sagt, wir sind schuldig. Sie benennt das und sie legt das nicht schön aus. Nein, da ist ein Wille Gottes, der ist unverrückbar. Aber so sehr wir uns auch anstrengen würden, wir können ihn nicht erfüllen, aber da ist Hoffnung und Gnade. Warum? Weil Gott selber in Jesus Christus diese Schuld bezahlt hat. Und wenn er in unser Leben kommt, wenn wir ihm unser Leben geben, dann sieht Gott uns aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich von seiner Gerechtigkeit an. Genau das ist der Gedanke, den der Engel hier in Gideon hineinlegt. Er sagt, du starker Held. Warum? Gideon war menschlich gesehen eigentlich genau das Gegenteil. In Richter 6, Vers 13, da nimmt uns die Bibel mit hinein in diesen Konflikt oder in diese Situation, wie Gideon mit dem Engel redet. Und wir lesen da Folgendes. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind denn all die Wunder, von denen uns die Väter erzählt haben? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hand der Midianiter sind wir ausgeliefert. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich denn Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasseh und ich bin der Kleinste im Hause meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gott sagt, ich werde mit dir sein. Nun, Gideon, was macht er zuallererst? Er macht genau das, was wir auch so oft in Herausforderungen tun. Er bringt all sein Zweifel, all seine Bedenken vor Gott, all seine Argumente. Er sagt, wo sind denn die großen Wunder, Gott? Wo bist du denn, du großer Gott? Warum hat Gott früher gehandelt? Warum hat er in der Bibel gehandelt? Warum handelt er bei anderen Menschen, in anderen Nationen, in anderen Gemeinden? Aber warum nicht bei mir, in meinem Leben? Wo, warum, wieso, weshalb? Und der Engel sagt, geh hin in deiner Kraft. Ich habe dich gesandt. Und genau dieser Hinweis ist dann ein guter Stichpunkt für Gideon. Er sagt, meine Kraft, meine Kraft, mein Herr, ist gar nichts. Er hat sich ja versteckt vor den Feinden. Er hat heimlich gearbeitet. Und er hat gesagt, wie soll ich denn Israel retten? Meine Sippe ist die kleinste, die geringste. Manasseh, das ist ein kleiner, unbedeutender Stamm gewesen. Das war nicht Judah oder so ein anderer, wie Levi oder so. Bedeutender Stamm, nein, er ist schon Manasseh. Und dann sagt er, ich bin doch der kleinste und der jüngste im Haus meines Vaters. Ich kenne solche Diskussionen aus meinem eigenen Leben und vielleicht du oder sie ja auch. Situationen, wo man mit Gott argumentiert, warum etwas nicht geht. Warum man selbst so ungeeignet ist. Warum man eben nicht so einen Glauben hat wie die anderen. Warum man schwach ist, warum man zweifelt, warum man immer wieder scheitert. Und dann natürlich die Vorwürfe, warum so lange nichts passiert und warum Gott nicht eingreift. Und manchmal ist es dann wie bei Gideon. Man zieht sich zurück, heimlich, lebt man so seinen Glauben, bloß nicht auffallen. Bloß keine Aufregung. Hauptsache, ich bekomme mein eigenes Leben irgendwie zureck. Ich bin ja nicht gegen Gott. Aber eigentlich lebte Gideon an seiner Berufung vorbei. Er trischt den Weizen heimlich, um sein eigenes Leben irgendwie zu sichern. Hauptsache, ich komme irgendwie über die Runden. Aber Gott hatte etwas vor mit ihm. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, glauben wir daran, dass Gott etwas vorhat mit unserem Leben? Dass wir ebenso, wie der Hebräerbrief sagt, berufen sind, wie diese Männer und ja, diese Vorbilder des Glaubens zu stehen, aufzustehen im Glauben und im Vertrauen zu Gott. Und dass Gott gewaltige Dinge vorbereitet hat für uns. Ich glaube, dass Gott mit jedem Leben etwas vorhat, dass er Pläne hat, dass er Werke vorbereitet hat. Gott möchte nicht, dass wir beraubt leben. Gott möchte nicht, dass wir schwach sind und voller Schuld und getrennt von ihm leben. Gott möchte nicht, dass der Mensch irgendwie so seine 70, 80 Jahre lebt, wenn er denn alt wird und dann irgendwie sagt, gut, da ist es halt jetzt vorbei. Nein, Gott will, dass wir ewiges Leben haben. Er möchte eine Zukunft, die in die Ewigkeit reicht. Aber nicht nur das, er möchte schon hier, jetzt, dass wir diese Freiheit in ihm erleben. Diese Berufung, dass wir frei sind von der Knechtschaft der Sünde, frei sind von dem, was der Feind tut. Dass wir Berufung leben, nämlich in dem Sinne, dass Gott uns sendet, dass er einen Auftrag hat für jeden von uns. Gott möchte, dass wir Einfluss nehmen in unser Leben. Dass wir nicht nur mit unserem Leben klarkommen, sondern dass wir sogar anderen dienen können. Dass wir seine Werke, seine Liebe, seine Barmherzigkeit weitergeben dürfen. Und Gott möchte Zeichen und Wunder tun. Und das größte Wunder überhaupt ist, wenn einer gerettet wird. Und wir, du, ich, wir dürfen daran Anteil haben. Jesus hat den Missionsbefehl ja nicht nur drei Leuten gegeben, nicht nur ein paar speziellen Jüngern. Nein, er sagte alle, die ihm nachfolgen. Und die Bibel sagt, dass durch ihn ein Ja ist zu allen Verheißungen der Schrift. Das heißt, all das, was hier drin steht, alle Berufung, alle Verheißungen, es ist ein Ja auch für dich und mich. Und so zeigt Gott den Blick, den er hat auf Gideon. Gideon schaut sich an und sagt, ja, wer bin ich schon? Das ist so dieses Selbstbild, was oft so schräg ist. Das Selbstbild von Schuld und Versagen. Und der Feind liebt es uns, das immer wieder vorzuhalten. Wir denken, wir sind schwach, wir sind unbedeutend. Gott, wir kennen ja unsere Schwächen, aber Gott möchte nicht, dass diese Gedanken in uns ja immer wieder hochkommen und uns bestimmen. Er möchte nicht, dass die Gedanken der Gesellschaft uns bestimmen, dass unser Selbstbild bestimmt wird von dem, was wir vielleicht sogar nur selber so denken. Nein, Gott möchte, dass wir bestimmt sind von dem, was er sagt in seinem Wort. Und er sagt, dass er uns liebt. Er sagt, dass er uns in Treue festhalten will. Er sagt, ich möchte dich retten. Ich möchte dir Zukunft geben. Ich möchte eingreifen in deinem Leben. Du bist mir nicht egal. Ich kenne dich. Ich kenne deine Sorgen. Ich kenne deine Herausforderungen. Als Jesus zum Beispiel im Neuen Testament Petrus beruft, da sagt Petrus und fällt vor Jesus nieder und sagt, ich bin ein Sünder, geh weg von mir. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, und dich werde ich berufen, dass du ein Menschenfischer sein sollst. Gott erwählt uns. Und wenn er uns erwählt, dann erwählt er im vollen Bewusstsein das Schwache. Er erwählt das, was eigentlich nichts ist. Warum sucht Gott ausgerechnet Gideon? Er soll der große Retter sein. Rein menschlich, rein äußerlich war er ein Niemand, ungeeignet. Der Engel findet einen ängstlichen, zurückgezogenen Gideon in einem Versteck. Gideon war ein Mensch voller Angst und Unsicherheit, geprägt von den schweren Umständen seiner Zeit. Hätte Gott nicht jedenfalls einen erfahrenen, guten Soldaten nehmen sollen? Jemanden, der ein Führer sein kann? Hätte er nicht ein gutes Team gründen können? Wie oft sagen wir in unserem Glauben, ja Gott, ich will ja, ich könnte ja, ich würde ja auch gern, aber weißt du, es ist so schwierig, es ist so schwer und ich bin doch so schwach. So oft denken wir, dass wir erst perfekt sein müssten, dass Gott seine Liebe und seine Gnade über uns ausgießen könnte. Wir denken, ich muss erst irgendwie was beweisen, damit ich ein Werkzeug für Gott sein kann. Aber das sind alles Lügen, weil wir empfangen, beginnend von unserer Rettung bis hin, unser ganzes Leben, bis hinein in die Ewigkeit, alles nur aus Gnade. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nicht wir, nicht unsere Leistung. Aber in dieser Hingabe und in dieser Erkenntnis will er uns alles schenken. So oft richten wir unseren Glauben und unser Vertrauen auf das Sichtbare aus. Aber Gott sieht nicht auf unsere Leistung, auf unsere besonderen Fähigkeiten oder auf unser Aussehen. Nein, er hat ganz andere Dinge, die er sieht. Er sieht ins Herz. Man braucht nicht erst bei Gott irgendwie einen besonderen Heiligungstest durchlaufen, ehe Gott denkt, naja gut, vielleicht könnten wir ihn doch zur Belohnung ändern, Auftrag geben. Nein, Gott handelt so anders. Im ersten Korintherbrief lesen wir davon, Kapitel 1, Vers 26, wie Paulus der Gemeinde in Korinth etwas deutlich macht. Er sagt, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schande mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schande mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Zu den Jüngern Jesu zählten nicht nur Politiker. Um ehrlich zu sein, gar kein Politiker, kein Künstler, kein Philosoph, kein General. Es waren Fischer, es waren Zöllner, Sünder, es war ein Zerlot, ein Terrorist, es war der aufbrausende Petrus und es war der zweifelnde Thomas. Was entscheidend ist, dass Gideon etwas erkennt. Er erkennt, ohne dich Gott bin ich gar nichts. Ohne dich kann ich nichts tun. Der Engel sagt nämlich, geh hin in deiner Kraft. Aber Gideon zeigt auf, ich habe keine Kraft. Wer bin ich denn? Was könnte ich denn tun? Ich bin der Geringste. Was könnte ich denn vollbringen? Und wie schnell haben wir dann an diesem Punkt Ausreden wie Gideon. Wie es auch Mose hatte, der sagte, ja ich stotter und ich kann das nicht, ich bin zu alt. Und Jeremia und all die, die gezweifelt haben, auch in der Bibel, die sagten, ich bin zu jung, zu alt, zu schwach. Aber Jesus sagt, er ist gekommen, um Sünder zu retten. Er ist gekommen und das zu berufen, was eigentlich nichts ist. Er ist gekommen, das Schwache zu erwählen. Und deswegen ist dieser Zugang zu der Kraft Gottes, der Zugang zur Rettung, ist immer über Demut. Indem wir erkennen, ich brauche dich Gott. Wenn du nichts tust, bin ich verloren. Gideon, genau das ist der Punkt, wo Gott immer ansetzt. Es ist der Punkt von Demut. Dem Hochmütigen widersteht Gott, so sagt uns die Bibel. Aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und so sagt Gott, so sagt der Engel zu Gideon, weil ich mit dir bin, wirst du die Midianiter schlagen. Das hat Gott ihm gesagt, nämlich ich bin mit dir. Und das will er dir und mir sagen. Egal wie groß unsere Not ist, egal wie aussichtslos, egal wie krank und hoffnungslos, egal wie lang du schon betest, wie lang du schon ringst, egal wie raffiniert der Feind uns verstrickt in Sünde, egal wie tief die Bindung, die Sucht oder die Hoffnungslosigkeit ist, ja sogar egal wie groß die Sünde ist. In dem Erkenntnis Gott, vergib mir, Gott greif ein in Demut, ich bekenne, ich kann es nicht, tu du dein Werk. Da ist die Tür, ist das Tor aufgestoßen hin, dass die Gnade Gottes fließen kann. Und in Jesus ist der Rettung. Vielleicht kämpften wir schon sieben Jahre und immer wieder werden wir beraubt. Vielleicht hatten wir immer wieder Hoffnung, aber es ist nicht besser geworden. Dachten, jetzt ist der Durchbruch da und dann wie bei den Israeliten kam der Feind wieder. Egal wie finster unser Land auch aussehen mag, wie groß die Sünde und Verblendung der Menschen ist. Weil Gott mit uns ist, mit uns, mit der Gemeinde ist, weil er stark ist, weil er der Sieger ist. Darum werden Zeichen und Wunder geschehen. Darum geschieht Rettung. Sie geschieht nicht, weil wir uns perfekt verhalten, weil wir die richtigen Argumente haben, sondern sie geschieht, weil wir einen gnädigen Gott haben, der Macht hat, Menschen und Situationen total zu verändern. Der Unterschied ist der Heilige Geist. Und da war es auch bei Gideon in Richter 6, Vers 34 lesen wir, der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Er war umkleidet mit dem Heiligen Geist und das ist ein wunderbares Bild. Weil wenn du umkleidet bist, dann ist nicht nur jemand an deiner Seite. Nein, dann trägst du etwas, dann liegt etwas auf dir. Es ist ummantelnd, es ist um dich herum. Und aus dem Neuen Testament, da wird es noch verstärkt, da wird deutlich, er ist in dir, in mir. Und der zweite Timotheusbrief, da heißt es in Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Die Jünger, ja, sie waren einfache Leute und veränderten dennoch eine ganze Welt. Das geschah nicht aus ihnen selbst heraus, sondern weil Gott es in ihnen bewirkte. Gott ist es, der neues Leben schenkt. Jesus gab ihnen ja einen gewaltigen Auftrag, bis ans Ende der Erde zu gehen, Kranke zu sein, Dämonen auszutreiben, einander zu lieben, vergeben, sein Zeugnis zu sein, ja, die Werke Gottes zu verkündigen. Ja, und Petrus? Er war doch so stolz gewesen, hat Jesus gesagt, oh, ich werde dich nicht verraten. Und in der gleichen Nacht noch verleugnete er ihn dreimal. Aber als er erfüllt war mit dem Geist Gottes, da steht er auf und er predigt der ganzen Stadt. Wir fragen uns vielleicht manchmal, wie soll das gehen? Gott, ich schaffe es doch nicht, ich habe es doch versucht. Aber Jesus sagt, wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist. Das ist so entscheidend. Es ist nicht entscheidend, wie sehr wir uns anstrengen, wie sehr wir uns disziplinieren, wie sehr wir uns ja irgendwie versuchen, in die richtige Haltung zu bringen. Nein, es ist entscheidend, dass wir in Demut sagen, Gott, gib mir deinen Geist. Verändere du mein Leben, komm du hinein, sei du die Kraft, sei du meine Motivation. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es war im Alten Testament so und es ist im Neuen Testament so. Und es ist noch heute so. Ohne den Heiligen Geist, ohne Gottes persönliches Eingreifen können wir nichts tun. Und Jesus macht das deutlich in Johannes 15, Vers 5. Da heißt es im Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wie abhängig wir von Gott sind, indem er sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. In Philippa 4, Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Wie oft rechnen wir aber in unserem eigenen Leben mit unseren eigenen Kräften, für das, was wir für möglich halten, was wir irgendwie uns vorstellen können, von was wir schon mal gehört haben oder was man vielleicht Schlaues tun könnte. Aber Gott ist grenzenlos. Er ist ein Gott von Wundern. Und deswegen sollten wir, auch wenn wir mit Gott zu tun haben, mit dem Übernatürlichen rechnen. Jesus, er sagt seinen Jüngern einmal in Matthäus 14 und Markus 6, lesen wir davon, und gibt ihnen den Auftrag, sie sollen 5000 Männern, da waren noch Frauen und Kinder dabei, also eine große Schar, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, oh, das sind zu viele. Sie schauen auf die Masse und sagen, wir haben nichts. Und Jesus sagt, doch, ihr habt was. Was habt ihr denn? Bringt mal her. Und sie sagen dann, ja, wir haben hier einen kleinen Jungen gefunden, der hat sieben Brote und zwei Fische. Und sie sagen, das ist doch gar nichts. Und was tut Jesus? Er nimmt das und betet. Er streckt die Hände aus, dank dem Vater. Und dann gibt er. Und alle werden satt und es bleibt übrig. Der Blick von Jesus war nicht auf den Mangel gerichtet, nicht auf die Größe der Not, sondern auf einen großen Gott. Und das ist so entscheidend in unserem Leben. Wir sollten nicht auf unsere Schuld schauen. Ja, da ist Schuld. Und in Demut bekennen wir unsere Schuld, unseren Mangel, unser Scheitern. Aber das soll nicht unser Denken bestimmen, sondern wir bringen unsere Schuld zum Herrn. Wir bringen unsere Anliegen zu Gott, weil wir mit einem mächtigen Gott zu tun haben und mit ihm sollten wir rechnen. Das ist der Unterschied. Gott möchte mit Menschen Geschichte schreiben, aber sie sind nicht besser, sie sind nicht schlauer, ja, sie sind noch nicht mal heiliger, weil alle Heilung kommt von Gott selbst. Nein, entscheidend ist, dass wir erkennen, dass wir glauben und vertrauen, dass Gottes Kraft, seine Gnade, seine Güte, seine Barmherzigkeit, ja, die Kraft des Heiligen Geistes handelt. Und so sagt Jesus, dass wir beten sollen, dass wir bitten sollen, als Gemeinde, als Gläubige. Sieben Jahre kämpft das Volk aus eigener Kraft und dann rufen sie zum Herrn. Und es ist so schön, das zu lesen. Und Gott handelt, Gott schickt und Gott sendet. Gott möchte Geschichte schreiben, auch in deinem und in meinem Leben. Er möchte Zeichen und Wunder tun, in unserem Leben und durch unser Leben, durch dich und in deinem Leben und zu deinem Umfeld. Einfache Menschen wie Gideon, der war nicht perfekt. Die Bibel zeigt, wie dann er mehrmals noch gezweifelt hat. Es ist nicht so, dass er dann durchgebrochen ist, nicht so, dass wir, wenn wir Gott unser Leben gegeben haben, dass wir dann alle so paletti und wie so Superman durchs Leben gehen. Nein, die Bibel beschreibt, wie er dann zweifelte und wie er ein Vlies auslegte und wie er wieder zweifelte und es nochmal auslegte und wie er dann in einer anderen Situation den Feind belauschen musste, damit er glauben und hoffen hat, dass Gott die Feinde in seine Hand gelegt hat. Es geht nicht darum, dass wir darauf bauen, wie perfekt der Plan ist, sondern darauf, dass wir Gott vertrauen auf das, was er verheißen hat, was uns die Bibel sagt. Dass wir vertrauen, dass wir beständig ihm glauben, nicht nur einmal, sondern unser Leben lang. Sein Wort und seine Verheißungen sind Wahrheit. Und so beginnt nach sieben Jahren, als das Volk zu Gott schreit, beginnt Gott zu handeln. Und der Engel sagt dann, du wirst den Feind schlagen wie einen Mann und Gott wird dir den Sieg schenken. Nun, der Feind, der war nicht nur ein Mann, sondern das waren weit über 100.000, 135.000 Männer. Die Bibel sagt sogar, zahlreich wie der Sand. Die waren ausgestattet mit Kamelen und mit Kriegsgeregt. Das war eine gewaltige Armee, der Feinde. Der Feind liebt es, seine Kraft und seine Macht zu zeigen, Säbel zu rassen, wie man so schön sagt. Und wenn so eine Armee sich in Bewegung setzt, dann bebt die Erde, die Masse. Ja, die Kraft der Welt, die Kraft und Macht der Sünde, die er so gern demonstriert. Die Macht von Zerbruch und Krankheit und Anklage und Widerstand und Verfolgung. Er will, dass unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, dass wir denken, es ist nicht möglich, es ist zu spät, wir sind zu schwach. Er will uns anklagen, so wie es die Bibel sagt, ein Verkläger. Er will zeigen, oh, schau mal, was du getan hast, du kannst nicht mit Gott rechnen. Aber wir sollten auf Gott schauen. Der Engel macht ihm das deutlich. Ich sende dich und du wirst den Feind schlagen wie nur einen Mann. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Für Gott waren es nicht 135.000 Feinde, sondern er sah nur einen. Und der ist besiegt in Jesus Christus. Gideon mobilisiert, natürlich, wie wir es so oft machen, nun seine Armee in Israel und er bekommt, nicht schlecht, 32.000 Leute zusammen, immer noch viel zu wenig, aber immerhin. Aber Gott möchte gar nicht, dass er auf diese Weise kämpft. Und so sagt er ihnen, okay, du musst das reduzieren und sie tun das dann und da kommen am Ende dann 300 noch bei raus. Und daran wird etwas Entscheidendes deutlich. Gott möchte, dass wir eins ganz klar wissen, am Ende ist es sein Sieg. Das ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht so, dass wir am Ende sagen können, ja, wir haben ja auch gut Gemeinde gebaut und wir haben uns auch gut diszipliniert und ich habe ja auch immer fleißig dies oder jenes gemacht. Nein, am Ende sollten wir immer an einen Punkt kommen. Alle Ehre gebührt Gott. Denn alles, was ich habe und alles, was ich bin, alle Gerechtigkeit und alle Heiligung, alles, was heute in meinem Leben passiert ist, Gott gebührt dafür die Ehre. Das sind nur 300 Mann. Und Gott sagt, okay, das reicht, die nehmen wir und dann stattet er sie aus mit Kriegsgerät. Aber es ist nicht das, was sie erhofft hatten, sondern Gott sagt, ihr nehmt mit einen leeren Tonkrug, eine Posaune und eine Fackel und die steckt ihr da rein, damit das Licht verborgen bleibt. Die Waffen Gottes, die Waffen des Volkes Gottes, sie sind so anders als die der Welt. Es ist oft so anders, wie Gott handelt. Aber wir müssen gehorsam sein, wir müssen Gott vertrauen, dass er das Richtige sagt. Wenn Jesus sagt, vergebt, betet für die, die euch verfolgen. Ja, gebt, seid großzügig, macht es wie ich, dient einander. Dann ist das so anders, wie die Welt ist. Aber es ist genau der Weg, wo Gott seinen Segen, wo Gott totale Veränderung, wo er Zeichen und Wunder freisetzen kann. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, aber die 300, sie machen sich auf den Weg. Sie gehen dahin und Gott schenkt ihnen den Sieg. In Jesaja 55, Vers 8 lesen wir, da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Es ist so oft so, dass wir uns beugen müssen, weil es uns so zuwider ist, weil Gott so anders ist wie wir. Er hat so einen gerechteren und heiligeren und besseren Weg, wie wir selbst oft nicht hinterherkommen, weil er so voller Gnade und Liebe und barmherzig ist, dass wir es oft selbst nicht verstehen, selbst für uns nicht. Es ist letztendlich das Beugen vor dem Wort Gottes. Es ist das Beugen vor seinen Verheißungen, dass wir unser Denken, unser Fühlen, ja, dass wir unser Lebenswandel, das, was wir sagen, das, was wir tun wollen, abstimmen sollten mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und Gideon, er fährt diesen Sieg ein. Aber warum nur 300 Mann? Gott wollte deutlich machen, der Sieg ist ein Wunder seiner Gnade. Es beginnt in unserem Leben mit der Rettung. Vergebung unserer Schuld ist aus Gnade. Aber es bleibt nicht dabei, in allem, was uns als Mensch ausmacht, als Christen, als Kinder Gottes, als die Nachfolger Jesu Christi. Wir sind abhängig von seiner Gnade, abhängig von seiner Kraft, abhängig von dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir können nichts ohne ihn tun. Aber Gott möchte Sie geschenken. Er möchte in seiner Gnade und Treue wirken in unser Leben. Und wenn wir rufen, will er handeln. Und er will uns zeigen, was seine Gedanken sind. Er möchte uns Sieg schenken über Sünde, Sieg schenken über Verzweiflung, über Not. Er möchte retten und befreien. Er möchte heilen und wiederherstellen. Und so möchte ich schließen jetzt und möchte uns fragen, wo ist unser Mangel? Ich möchte dich einladen, euch und sie einladen, dass wir uns ausstrecken, wie das Volk. Vielleicht betest du schon lang oder hast es gar nicht mehr getan oder hast es noch nie getan, wie das Volk. Nach sieben Jahren Not rufen sie zum Herrn. Er will dir begegnen. Vielleicht kennst du Gott auch gar nicht, aber du spürst in deinem Herzen, da ist ein Rufen und Ziehen. Dann darfst du zu Jesus rufen und sagen, komm in mein Leben. Vergib mir. Mach mich frei von meiner Schuld. Ich will dein Kind sein. Gott möchte, dass wir seine Sicht der Dinge für unser Leben, für unsere Umstände, dass wir es sehen. Dazu haben wir sein Wort. Und der Heilige Geist, er möchte unsere Herzen dazu öffnen. Und wir dürfen ihn darum bitten. Und er möchte retten. Er möchte nicht, dass wir geknechtet sind, versklavt sind in Sünde oder in Dingen, die uns bedrängen, in Krankheiten und Not. Oh, da dürfen wir zu ihm kommen. Und er möchte eingreifen und Sieg schenken. Und wir dürfen uns ausstrecken nach seinem Geist, dass seine Kraft in unser Leben kommt und wirksam wird. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du diesen Sieg für uns errungen hast. Und wir danken dir, Herr, dass du uns berufst zu neuem Leben. Und dass wir als deine Kinder, Herr, nicht planlos durchs Leben gehen, sondern dass du dir Gedanken gemacht hast und gute Pläne hast. Und ich bete, Herr, wer immer jetzt zuschaut, Herr, dass du in sein Leben hinein wirkst. Herr, dass er hineinkommt in deine Wege und Pläne und Gedanken. Und dass du Zeichen und Wunder tust. Ja, dass du mit uns und durch unser Leben Geschichte schreibst. Geschichte von Rettung. Geschichte von Wiederherstellung. Geschichte von Vergebung. Ja, von Heilung. Von Wiederherstellung, Herr, wo immer wir zerbrochen und gebrochen sind. Herr, von Wiederherstellung von Beziehungen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist. Herr, der das Finstere umkehrt in Licht. Und genau das soll geschehen. Dafür danken wir dir, Jesus. Und darum strecken wir uns aus. Danke, Herr. Amen. Ich wünsche uns von ganzem Herzen einen gesegneten Sonntag. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Predigt oder Kontakt wünschen, dann können Sie das gerne tun und zu einer E-Mail schreiben oder telefonisch uns erreichen. Ansonsten wünsche ich uns eine gesegnete Woche und bis bald. Norbertusalz. Wenn Sie da sind, dann würde ich mich Das ist nämlich